Hallo, ich bin's nochmal, der Mimoumbaraka. Ich bin jetzt schon mal froh, dass ich jetzt hier bei meinen ca. 132 Abonnenten verbindlich sagen kann, das sind halbwegs authentische Abonnenten und nicht nur irgendwelche Sozio-Umsychopathen und Eter und Trolle, ja, gemessen an der Zahl der Likes und Dislikes zu meinen Videos. Aber nun mal auf Ehre und Gewissen. Eure Meinung ist gefragt bis heute Abend um 10, 11 und bitte authentisch seien, ihr lieben Abonnenten meines YouTube-Kanals Okkult-Pearls. Wo seht ihr mich eher? Soll ich das mit okkulten Schriften, heiligen Schriften und Zitaten daraus und Inhaltsangaben und Pipapo und Referaten nächstes Jahr durchziehen? Oder soll ich lieber das, was ich ja zuvor auch gemacht habe, eure Meinung ist da wirklich authentisch gefragt, per Like oder Dislikes, mit meinen gar nicht mal so schlechten Let's Plays, abgefilmt mit meiner sehr guten Action-Camp von meinem Fernseher, wieder auftrumpfen? Und das alles andere ausblenden, was in diesem und im letzten Jahr war und einfach nur just for fun, schöne Spiele, Videospiele vorstellen, Retro-Spiele, neuere Spiele und so weiter. Wo seht ihr mich eher angesiedelt? Wenn ihr der Meinung seid, der Herr Baracker hält sich besser aus allem in der Hinsicht heraus und macht nur seinen Trivial-Banalkanal, Videogames, Let's Plays mit Zustimmung der NWO und Duldung, wohlgemerkt, dann bitte liken. Wenn ihr aber der Meinung seid, ich soll diese in Anführungsstrichen Kinderkacke bleiben lassen und lieber was Seriöses machen und den Okkulte Perlenkanal aufrechterhalten, dann disliken. Ja, gut. Also liken für Videospielkanal anstelle dieses Kanals hier im nächsten Jahr oder noch in diesem Jahr oder disliken, wenn ihr der Meinung seid, ich bin fähig genug rhetorisch und intellektuell, das hier mit okkulter Literatur zu bereichern. Ja, mit Wissensschatz der gesamten Welt und auch des Universums. Gut, das war's schon. Bis heute Abend um 10, 11, bevor ich alle Kanäle hier auf Privat, alle, alle Videos hier auf Privat stelle, erwarte ich eure Antwort. Liken für Videospiele gegen diesen Kanal hier und disliken, wenn ich das hier durchziehen soll, ja, mit dem okkulten Literaturkanal. Gut, danke. Ich bedanke mich und wünsche euch ein schönes Wochenende.